Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir alle Monarch-Aufträge. Insgesamt sind es auf jeden Fall sieben Aufträge. Fangen wir direkt mit dem ersten Auftrag an. Woche 3. Sammle die Level-Up-Marke östlich von Tete Towers ein. Einmal, und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, Ort Nummer 1, auf der Karte bin ich westlich von Tete Towers, auf der Karte ganz genau hier. Und so, zack, einmal reingehen. Hier ist die Level-Up-Marke. Einmal einsammeln, kommen wir direkt zu dem zweiten Auftrag.